yo freunde was geht hier ist chelit und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von assassin squid unity ja freunde das ist jetzt der teil nachdem sehr sehr viel daneben gegangen ist ein video ein teil ist quasi nicht zum hochladen gekommen also der konnte nicht fertig gewendet werden hatte irgendwie so ein filmschaden drin und ich habe gar kein bild mehr gesehen also beim bearbeiten und ich musste jetzt alles komplett wieder von neu nachmachen weil noch einige andere teile gefehlt haben deswegen gucke ich jetzt immer zwischendurch ob die aufnahme auch funktioniert und ich würde sagen ich will wieder nicht viel drum herum labern und möchte direkt mit der nächsten mission anfangen und zwar heißt die templar überfall das ist die sechste sequenz und wir starten direkt los eine biene anzugreifen also wir sind gerade die freundinnen von jemandem suchen die ganze waffen die ich hatte sind auch alle weg die sind jetzt alle teuer und ich habe jetzt total vergessen die pro noch sogar noch mit zu suchen aber das hat halt etwas länger gedauert wenn ich das noch mitgesucht hätte versteht ihr und ich habe einfach nur so schnell wie möglich alle mission noch mal gemacht damit ich wieder hier an dieser stelle hier wieder ran komme guck ich mal wo die ist genau wer seid ihr die doch drauf ich verflucht Schnapp ab! So nicht! Was geht hier vor? Wo ist Monsieur Lafreniere? Er ist tot. Was? Lauf, ich erkläre es nicht später! Der da ist uns im Weg. Sollen wir? Los! Ach du Scheiße, nein! Ey, ich hab Angst, meine Güte! Die sind Hassleister. Der da ist uns im Weg. Sollen wir? Los! Sollen wir? Sollen wir? Ich weiß nicht, wie wir wieder rauskommen. Ja, sorry, aber ich hab keine. Ich quittere hoch und seh mich um. Äh. Keine Klinge mehr. Also wegen Kopfschüsse. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Du hast dich verlaufen. Gib es zu. Mom! Komm, komm hier hin! Ja komm komm! Da? Genau, in die Richtung! Komm doch Wie kommen wir hier wieder raus? Wo willst du hin? Hast du dir eingekackt? Brauchst du neue Hosen? Warum kommen die nicht, wenn die mich gesehen haben? Verstehe ich nicht. Wohin? Findet sie! Verdammt! Noch eine Sackgasse! Ich kann überhaupt nichts sehen! Wie kommen wir hier raus? Sie müssen irgendwo hier sein! Da drüben! Nein, wartet! Verdammt! Das ist Loth! Wie kommen wir hier wieder raus? Ich versuche einfach mal runter zu gehen Wo soll? Komm doch! Wo lang? Wo lang? Oh! Anti-revolutionärer Buster! Stehen bleiben wir! Achtung auf eure Falle! Irgendeine Idee! Irgendeine Idee! Verdammter Verräter! Ich bin mir da! Ja! Und dann gehen wir hier wieder raus! Ja! 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 Da wird so viel verbraucht, Junge, 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 das ist ja nicht so normal. Du hältst jetzt mal das Schirn am Mund. Gut, dass du noch gefehlt hast, dass du irgendwas labern musst. Wie kommen wir hier wieder raus? Wie kommen wir hier wieder raus? Zwei von ihnen voraus! Du übernimmst wen, ich bin mit deinem Mund. Und wir sollen die Mitte passieren. Und wir sollen die Mitte passieren. Und wir sollen die Mitte passieren. Halt den Bastard auf! Was nun? Zu viele, um vorbeizuschlaufen. Wir müssen es zu zweit. Schalten wir sie auf leise. Hast du eine junge Frau gesehen? Ich glaube, das waren alle. So weit hoch. Aber vor uns ist noch eine größere Gruppe. Hast du eine junge Frau? Schönen Sie nicht. Oh nein! Schönen Sie nicht! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! schützen vielleicht hast du vom dach aus bessere sicht es ging aber schon Warum tötet der nicht mit der Klinge, Mann? Junge, Junge, er verschönnete seine Zeit hier, ja? Was macht er denn? Das war der letzte von ihnen. Lasst uns verschwinden. Sie können nicht weit sein. Findet sie! Geht schon. Ich lenke sie ab. Vertrau mir. Triff mich morgen im Café Theater. Dann erklär ich alles. Du spinnst. Ich werde da sein. Ich könnte mich verspäten. Ich werde schnell weg. Ich habe keinen Bock gegen ihn zu kämpfen. Muss ich auch von den Aufzucken oder so? Langsam. Oh. Weg hier! Jetzt habe ich dich. Kannst du nichts tun? So. Verdammt, verlier ihn nicht! Gebt auch die Schicksal! Ah! Boah, Alter, die sind echt hartnäckig, ja. Oh, Alter, die sind echt hartnäckig. 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 Boah, endlich, ja. Komm, verpisst euch. ja endlich äh template überfall haben wir jetzt abgeschlossen äh ja freundee ich würde sagen das war es an dieser stelle war bestimmt wieder mal ein bisschen lang das video aber ich denke mir ist halb so schlimm ich würde sagen wenn euch das video gefallen hat lasst auf jeden fall einen daumen nach oben und abonniert den kanal wie immer folgt mir auf facebook und instagram und snapchat und dann werde ich sagen bis zum nächsten mal haut rein tschau